So, da sind wir wieder, ne? Schau, der Icarus kommt auch schon wieder, ne? Ja, hübscher Vogel. Hm, der Icarus, ne? So, Stritzi. So, wir gehen also, ne? Die Quest dann, ne? Für das Volk und schauen wir mal, was da passieren wird, ne? 600 Meter in die Richtung, ich würde sagen, wir nehmen die linke Markierung, das ist glaube ich näher, mit 400 Meter, ja. So, wie das geschehen, so, krakrakrak, peng, peng. La, 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 la. Was, was, was machst du, Cassandra? Na? Na. So, grüße, das Gemüse. Aber die sind voll am Bauen hier, ne? Ganzes Geröll und Ding. Aber es ist schon Leben in der Stadt, ne? So. Was ist denn hier wieder? Was gibt's denn so Schönes? Wer? Yo, Icarus, das ist dein Einsatz. Was wird dir hier gespielt? So. Erscheinend wird mir hier keiner suchen. Adlerangriff. Machen wir später. Oder? Dann schicken wir mal los, ne? Da noch Flick und Sieg. Mhm, 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 mhm. Wir gehen durchs Fenster. Machen wir da schnell einen Abstrich. Und. Zack. Oh, Skimming. Oh, doch. Mein Scheiß, siehst du? Abgeschlossen, Alter. Und der Marmorwerkstatt. Wie ist es passiert? Da sind mir die Leute auf den Zeiger gegangen. So. Haben wir das auch erledigt. Warte, was? Nö. Okay. Das war's. Sehr gut. Na, 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 na. Die schlimme Kassandra, ne? Du musst immer viel Sachen machen. Was ist denn da los? Wir werden da raus, ne? Icarus, 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 Icarus. So. Sitzt immer da. Warte mal. Nice, ein Klumpen. Okay. So weit zieht er nicht noch. So. Dann fliege einmal, ne? Auf dem Dürmchen ist noch keiner zu sehen. Ah, Langriff. Okay, okay. Es sind doch einige, ne? Eieieiei, lecker mir. Bis hier. Äh. Wichtig. So. Das Problem mit dem System, ja? Ist das System, ja? Warte mal. Da ist nur einer. Kann's ja nicht sein, oder? Da. Geh mal mit dem Siki unterdrüben. Yeah. Icarus, los. Fliege und Sik. Warfie. So. Pssst. Rein in die Base. Hier ist die Base. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja, ja, fahr da mal. Meditieren. Die Nacht ist auf unserer Seite. Na, das wird ein Spaß jetzt. So. Geht schön höher. Okay. So. Der geht da lang. Den können wir ausschauen. So. Sehr gut. Beweise gleich vernichten und verbrennen. Sehr gut, Kassandra. So, haben wir da immer einen Spezi, ne? Der, was irgendwie wichtig wäre. Eine Tafel. Ja. Der ist auch unwichtig, unwichtig. Na. Der ist auch nicht so besonders gut. Und du? Aha. Ein Söldner. Toll. Wer schläft hier? Na, malo. Malo, malo, malo. So. Ja, was ist hier? Ich hab was. Da. Haben wir es jetzt? Hm. Okay. Dann werden wir genüsslich vernaschen, den Typen. Bis mit denen. Ist ja jemand. Hm. Ach, du Kacke. 饒 Ach, nö. Hoppana. Na. 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 noch eine wir müssen weg Nö, keine Zeit, du bist zu blöd. Ich bin Sparta. Das heißt, es ist mir zu gemein, oder? So. Tschüss. Schnauze! So. Hm. Der Igerus kämpft schon. So. Sehr leise. Brennende Busch. Ja, mich auch. Das ist nicht so sexy. Ach, ruhig. Warte mal, Igerus. Kannst du ein bisschen massakrieren? Halt! Ich sag dir, Halt! Ich sag dir heute, da ist ein Spoiler. Kommt denn der Vogel her? Bist nicht weit gekommen. Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Hm. Irgendwann kommt die Müdigkeit. Hat der uns gesehen oder nicht? Was ist mit dem? So. Was hat er gesagt? Für Sparta! Na, so. Ein bisschen haben wir ja schon was geschafft, ne? Grüezi. Schlaf schön. So viele Möglichkeiten haben wir gar nicht zum Verbergen, ne? Irgendwie. Malakka. So. Ein bisschen brennen. So. Und zerspieren. So. Los, Cassandra. So. So. So, jetzt haben wir abgeschlossen und gefangenen Dinger müssen wir noch. Wir machen es erst später aber, ne? Wir freuen. Was ist denn du für einer? Aha. Pssst. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Für den Malakka. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Haufen da, so. Zack. Na, jetzt haben wir das Schönes. Okay. So. Marlaka, Marlaka, Jarlaka. Jetzt guck mal, die ganze Burisch. Verdammt. Wo ist noch die Kiste? Ah, kann man das Tuch suchen? Nein, nein, nein. Oh nein. Raff da. Nein, nein, das Zelt. Mhm. So. Am Icarus. Mhm. Da ist der. Hm. Ist ja normal. Ne. Haben wir soweit. Na, die Typen müssen wir noch killen, ne? Da hinten. So. Schafft. Ja, warte mal. So. So. Nein. Aber drei Stück Gefangene habt ihr, ne? Ah, der brennt ja. Hui. Der brennt ja vor Leidenschaft. So. Hm. Was ist denn das für einer? B.A. oder was? Was ist das? Das ist unser Gambler. Folgen. Naja. Oh yeah. Jetzt kommt der schon wieder. Oder gebratet. Wusst. Komm. Geh. Ist frei. Oder auch nicht. So. Ihr freien. Was? Sa, Icarus. Ach, nö. Geleck mich doch am Arsch. Geleck mich doch am Arsch, nö, 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 ne, nö... Oh, oh... Oh. Oh, 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 oh... brennt doch ein bisschen so jetzt müssen wir flüchten bis sie brennen das tut uns nicht gut so auf zum schießen oder was ist mit dir du bist der neuer seltener entdeckt nicht mehr danke okay haben wir das noch mal die krus so viel sandgarten 12 22 leute mal locker befreien so verpiste ich ein bisschen übersicht zu schaffen da müsste fällt her anscheinend ja ja der ist wichtig was ist denn du für einer War das jetzt der Altena? Muss man weit net zu holen? Oh, nein, egal. So. Und er schläft wie ein Baby. So. Stierf. Kollege. Was denn da in der Kiste? Danke. Ein bisschen brennend lassen die ganze Sache. Macht es interessanter. Hoppala. So. Aha. Da ist noch ein Außenposten. Was muss, das muss, ne? Apfelmus. So. Mal runter da. Ah, ich glaub net so gut. So. Ach. Nimm uns diese Kopfgeld hier, gell? Ei, 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 ei. Da haben wir halt wieder viel Arbeit, ne? Für uns. Ein epischer ist das. Okay. Okay. Naja. Soviel ist das halt nicht. Ich würd sagen, fang mal an. Da hängt nochmal an. So. Kopf da. So. Sehr gut. Hintergebouche. So. Mhm. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Da hinten haben wir den episch gehabt, ne? Da ist der epische. Ne. Wir machen den da oben fertig. Scheiße. Wo kam das her? Kameranda. Wie der labert denn der Typen? Ah, es sind zwei. Okay. Okay. So. Und. Shoup. Nee. Er war nicht sehr nett von dir. Hui. Hey, 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 hey. Jetzt sterben. So. Das war's. Den Einzelgänger können wir gleich rein. So. Warte mal, ist das der 21er, was ich brauch? Ach, ne. Komm her und kämpfe! Kommt los! Ach, ne. Das ist ja ein normaler. Dann wirkt er mit. So. Hm. Den haben wir markiert, ne? Das ist die R. Nee. Wie denn das? Ist das der epische? Ach, ne. Der Stricher ist da. Jetzt gehst du hier. Komm zurück! Komm zurück! Wasch. Piss dich, ey. Nimm es dir! Ola! Drei von zehn. Bleib doch stehen. So. Ich finde dich! Dann gehört das Geld mir! Wir wifzen. So. Was für dich! Komm schon. Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Was ist denn der Ferner? Was ist denn der Ferner? Was ist denn der Ferner? Gott! Das ist doch epischer. Okay. Sehr egal. So. Tschüss. Da drüben haben wir jetzt auch, wie gesagt. Guck's. Hm. Nö. Wo ist denn der jetzt hin? Wöte den Befehlshaber und bring mir einen Beweis. Einfach. Hm. Das dürfte Cleon interessieren. Und wäre der Beweis, den er will. Ich bin hier. So. Jetzt haben wir das alles ausgenockt. So. Komm mal raus da! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schimaro. Komm mal raus da. ist das christian das nächste christian ist wo mal lack die mission haben wir jetzt auch fertig genau hier das geht schon in ordnung noch pferdchen noch mehr Kommst du rauf? Ella, kommst du nicht rauf, okay. So. Aber jetzt noch. Ach du. Ich störe, Schagal. Nervt doch. Oh ich bin der Nervé. Entrafft das? Nein! Scheiße. Malacke. Auffall aufs Fussi. Extra Fussi. Da oben fliegt der Geier von der Unkensicht um seine Eier. Auweia. Schnellreise freigeschalten. Icarus. 5000 Millionen Punkte. So, dann machen wir die Schnellreise hier hin. Da. Tenten. Tja. Bitte warten. Borte allein. Bitte warten. So. Nei, da müssen wir hören, da. Oh, Tränsgemüse. Die Götter des Krieges und der Weisheit. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Nei, ich seh mir nicht, sollte ich drin. Ich muss mir irgendwie die Athena sprechen noch, oder? So. Wei. 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 Nei, man. So, weg da. Bisschen abwaschen. Gutes Schmutz. Hau, weg. Ei, 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 ei. Ist das ein Krampf? Der ist am Pendern, oder was? Bist zurück. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich. Ja, der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Na, scheiße, Poppen. Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft, ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis reicht. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen Auftrag für dich. Ach, nö. Du musst meinen Boten Heramus finden. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja. Es ist unerlässlich, dass Heramus befreit wird und das Schiff erreicht, das sich bereitstellen ließ. Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Ja, ja, ja. Ist da. Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung. Seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Ach, nö. Um welche Mission handelt es sich? Je weniger das Wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Hm. Wo soll ich nach Heramus suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er am alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Sei unbesorgt. Ich werde ihn zu deinem Schiff bringen. Ja. Aber das schauen wir uns in der neuesten Folge an, ne? Wie gehabt, ne? Okay. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.